Hallo meine Lieblingsopponenten, das hier wird mein neues Format werden. Es wird nicht regelmäßig kommen, so wie Hero News oder die V-Longs, aber so ab und zu, damit ihr, glaube ich, auch ein kleines Gefühl bekommt dafür, was es für Tokusatsu überhaupt gibt. Was ist eigentlich Garo? Viele von euch denken bei japanischen Tokusatsu sicherlich an schrillbunte Männchen, Explosionen und ein übelster Kommerz, der in die Serie mit integriert wird in Form von Plastikspielzeug. Dass es aber auch anders geht, zeigt die Serie Garo. Garo setzt sich aus den Schriftzeichen für Reißzahn, Kiba und aus Okami, dem Wolf, zusammen. Und genau in diesem Sinne steht die Serie ja auch. Also frei übersetzt der bezahnte Wolf. Etwa in 25 Folgen wird die Geschichte des goldenen Makai-Ritters Kugasai-Jima erzählt. Dazu muss man wissen, dass sogenannte Horror in unserer Welt ihr Unwesen treiben. Horror, das sind die manifestierten Bosheiten eines jeden Menschen. So gesehen kann aus jeder dunklen Seite eines Menschen, wenn sie nur stark genug ist, ein Horror entspringen. Und die Makai-Ritter sind einfach dafür da, um dieser Horror zu vernichten. Doch eines Abends kommt die junge Künstlerin Kaoru in die Fänge eines Horrors und wird während des Kampfes mit dessen Blut befleckt. Menschen, die mit Horrorblut in Berührung kommen, sterben nach 100 Tagen eines immens qualvollen Todes. Und somit schreibt das Regelbuch der Makai-Ritter vor, dass ein solcher Mensch sofort getötet werden muss, um ihn auch von diesen Qualen zu erlösen. Davon sieht Koga allerdings ab. Angeblich nur, weil er die junge Künstlerin somit als Köder für andere Horror benutzen kann. Gleichzeitig sucht er jedoch nach einem Mittel, Kaoru von diesem Fluch zu erlösen. Und da das noch nicht genug war, taucht auch irgendwann ein silberer Makai-Ritter mit Namen Zero auf, der Koga alias Garo tot sehen will. Und ganz interessanterweise nimmt die Horroraktivität in Japan immens zu. Hier stellt sich tatsächlich die Frage, wer steckt dahinter und vor allen Dingen, was wird nach 100 Tagen mit der Künstlerin Kaoru passieren? Wenn ihr das wissen wollt, würde ich euch wirklich empfehlen, die Serie zu gucken. Ja, Mann, das ist echt mies, oder? Bei Garo insgesamt habt ihr einen Tokusatsu, der komplett aus dem Rast davon anderen Tokusatsu fällt. Ein dunkles Setting gepaart mit ein bisschen Gothic-Stil unterschreibt wirklich den Ernst und die Düstere der Serie. Auch hat man hier den Fokus auf das Dunkle im Menschen gelegt, die Verzweiflung, wohin ein Mensch einen führen kann. Und das alles ohne dabei für den Zuschauer irgendwie erdrückend zu wirken. Die Charaktere selber ergänzen sich richtig gut in der Serie. So ist Koga nicht nur der harte Kämpfer, der seinen Auftrag sieht, sondern zeigt in ganz, ganz kleinen Momenten auch seine sanfte Seite. Jeder Charakter in Garo bringt seinen Teil für die Geschichte mit ein und wird kein bisschen uninteressant. Das gilt sowohl für die Hauptcharaktere als auch für die Horror, die natürlich auch eine menschliche Gestalt besitzen. Und die Horror-Kreaturen wurden auch neben den typischen Gummi-Anzügen auch noch mit CGI-Effekten versehen, was das Ganze ein bisschen authentischer wirken lässt. Und vor allen Dingen auch monströser als in anderen Tokusatsu wie zum Beispiel Super Sentai, Kamen Rider oder Power Rangers. Die Animationen selber mögen vielleicht für den ein oder anderen ein bisschen retro wirken, weil die Serie von 2006 ist. Aber das tut der Serie im Großen und Ganzen eigentlich überhaupt kein Abbruch. Die Kämpfe sind klasse durchchoreografiert und abwechslungsreich gestaltet. Man arbeitet hier gerne mit verschiedenen Einstellungen und sogar auch mit optischen Effekten für den Zuschauer. Im künstlerischen Wert hat die Serie alle Male. Garo wurde in einigen Filmen auch fortgesetzt, so zum Beispiel auch der Film zur ersten Staffel, Die Bestie der Weißen Nacht. Daraufhin folgte Kiba. Außerdem Red Requiem. Mit diesem Film konnte Garo selber punkten, um dann später als Serie wieder fortgesetzt zu werden. Die Folgestaffeln heißen Makai Sinki und Yamiyo Terasu Mono. Das so viel bedeutet wie derjenige, der in der Finsternis scheint. Kommen wir zum Fazit. Garo selber ist eine sehr, sehr düstere und finstere Tokusatsu. Was sich auch nicht scheut, sehr kritische Themen anzusprechen, auch mit sehr, sehr krassen Mitteln. Zusammen mit beispielsweise Einhorror die Finger von Pianisten und kühlt sie tief, weil ihr Mann damals Selbstmord begangen hat, nachdem er durch den Leistungsdruck als Pianist sich die Finger brach. Man zeigt die Abgründe und die Verzweiflung der Menschen, aber genauso gut auch den Hoffnungsschimmer am Horizont, wie man dem ganz entgegenwirken kann. Und mit Koga und Kaoru hat man eine wundervolle Liebesgeschichte, die in keinem einzigen Moment schnulzig oder kitschig wirkt. Da hier auch sehr, sehr viele Macher und Schauspieler von Kamen Rider, Super Sentai und Power Rangers mitgespielt haben, werden sich auch Freunde der klassischen Dreifältigkeit freuen, einige Cameos wiederzusehen. Da die Hauptseekruppe bei Garo deutlich älter ist als beispielsweise bei den anderen Tokusatsu, hat man hier nicht tausend verschiedene Spielsachen mit einbringen müssen oder besser gesagt wollen. Garo hält sich da sehr, sehr schlicht zurück. Wer allerdings leichte Kost gewohnt ist und die auch lieber genießt, wie zum Beispiel Super Sentai oder Power Rangers, der wird mit Garo wahrscheinlich seine Anfangsschwierigkeiten haben. Wer allerdings Serie mit Gothic-like mag und auch einen hohen künstlerischen und tiefgründigen Aspekt an eine Serie setzt und nicht zu viele Folgen sehen möchte, da Garo nur 25 Folgen hat, das sollte auf jeden Fall seinen Spaß mit der Serie haben. Es ist auf jeden Fall eine Serie zum Diskutieren. Alles klar Leute, wie gefällt euch dieses coole Format, in dem ich mal die Serien zeige und nicht nur die News so zum Einsteigen und so, voll krasse Sache. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Subs von Garo findet ihr übrigens einmal von Togo Universe, sogar auf Deutsch die erste Staffel und alle anderen findet ihr bei TV Nihon. Ich war bei den übelst coolen Hangouts bei GoTalk. Guckt einfach mal nach, es war voll lustig. Janett freut sich sicher auch, wenn ihr bei ihr ein Abo hinterlasst. Ich bin soweit fertig und dann freue ich mich auf die nächsten Hero News. Bis dann, tschau, tschau. Tschau.